Das Gewichtslimit des Halbschwergewichtes liegt bei 79,378 Kilogramm und exakt 79,379.3 Kilogramm für Abdelhakim Dergal. In der gegenüberliegenden Ecke wird ein junger Münchner stehen, der sich mit erst 24 Jahren eine überaus erstaunliche Bilanz seit seinem Profidebüt 2005 erboxt hat. In 37 Fights erzielte er 35 Siege, davon 11 durch K.O. Hier in der Brandenburghalle wird er morgen zu seinem ersten Kampf um einen Titel kommen. Darum bitte ich um einen besonders herzlichen Empfang für den Co-Herausforderer, ungeschlagen seit 2006, Robby Krasnitschi! Bart von B auntschwergewicht Hallo! Du kannst deine Strikern in Kirchheriyehfahrer Die Mullins네 Guck Sie Wider 78,5 kg, 78,5 kg für Robin Krasnitschie. Schau hier bitte, danke, schau hier, den Gürtel mit ein bisschen vorne hin. Können die Boxer jeweils links und rechts anfassen bitte, Boxer, okay, okay, komm ein bisschen näher ran, Boxer, okay, bitte ganz kurz, Herr Ellenson, ganz kurz. Warte mal, da gehen noch welche raus da ins Bett. Hallo, Herr Schubert, bitte, Jan Marseille. Face to face, face to face. Thank you. Thank you. Okay. Mössi al show, mössi al show. Mmh. Mmh. Vielen Dank.